Vor dem EU-Gipfelmorgen trifft sich Kanzlerin Merkel heute nochmal mit dem französischen Präsidenten Hollande, um sich abzustimmen. Die letzten Wochen hat sie sich deshalb schon auf einen diplomatischen Marathon quer durch andere europäische Länder begeben. Und darüber möchte ich jetzt in unserem Kollegengespräch mit Stefan Dittjen sprechen. Er ist Chefkorrespondent beim Deutschlandradio. Hallo. Guten Morgen. Ja, wie sehen Sie diese intensive Vorbereitung? Nimmt Angela Merkel damit die Rolle der zentralen Maklerin ein, die eigentlich den EU-Institutionen vorbehalten sein sollte? Oder ist es in dieser Situation alternativlos, dass sie als Brückenbauerin fungiert? Also jedenfalls ist die Beobachtung ganz richtig. Angela Merkel ist die zentrale Figur in der Vorbereitung dieses Gipfels, der morgen in Bratislava stattfindet. Sie wird dann mit allen 27 teilnehmenden Staats- und Regierungschefs gesprochen haben. Sie hat das in unterschiedlichen Gruppen und unterschiedlichen Gesprächsformaten zum Teil arrangiert. Und dass sie heute noch einmal den französischen Staatspräsidenten trifft, ist natürlich auch ein starkes Signal dafür, dass in dieser besonderen, in dieser krisenhaften Situation der Europäischen Union auch die traditionelle deutsch-französische Achse nochmal eine Rolle spielen soll. Also man besinnt sich auf klassische Tugenden. Und dazu gehört dann auch eine Aufgabenteilung zwischen dem Management der Brüsseler Institutionen und starken, prägenden Figuren in der Europäischen Union, zu denen Angela Merkel nach wie vor unbedingt gehört. Wie wichtig sind für die deutsche Kanzlerin dort denn Fortschritte, sprich europäische Erfolge, um auch wieder innenpolitisch zu punkten? Naja, es ist ja, wenn man sie auf der internationalen Bühne agieren sieht, auffällig, dass es da eine Diskrepanz gibt zwischen der Angefochtenheit Angela Merkels auf der innenpolitischen Bühne und dem Standing, das sie nach wie vor auf der internationalen Ebene hat, in Europa, aber auch über Europa hinaus. Und die Diplomatie, die wir jetzt da beobachtet haben, illustriert dieses Standing noch einmal. Es ist sicherlich auch ganz klar, dass Angela Merkel versucht, verlorenes Vertrauen wieder gut zu machen. Das macht den Kern ihrer persönlichen Krise aus. Und das hat sie auf der internationalen Bühne gewonnen und dort versucht sie es auch sicherlich wieder zurückzugewinnen. Sie haben jetzt gerade von ihrem Standing gesprochen auf europäischem Parkett, aber sie steht ja in einigen Bereichen ziemlich alleine da, wenn es zum Beispiel um die Flüchtlingspolitik geht. Ich glaube, dass diese Beobachtung trügt, dass sie da auf europäischer Ebene alleine steht. Die Europäische Union, das ist ja auch eben in ihrem Gespräch mit Rebecca Harms deutlich geworden, ist gerade was die Flüchtlingspolitik angeht vollkommen zerklüftet. Da gibt es die Position der Deutschen, die in weiten Teilen deckungsgleich ist, unterstützt wird von den europäischen Institutionen, von der Kommission, vom Ratspräsidenten in Teilen, auch von anderen Staats- und Regierungschefs. Dann gibt es die Gruppe der Visegrad-Staaten. Also da ist eine weitgehende Zerklüftung. Und ich glaube, dass diese Beobachtung, dass Angela Merkel da isoliert agiert, nicht mehr stimmt, spätestens nicht mehr seitdem sie es sich zur Aufgabe gemacht hat, den europäisch-türkischen Pakt zustande zu bringen, der inzwischen von allen, von allen in Europa weitgehend als ein Modell auch für die weiteren Schritte der europäischen Politik, also ähnliche Vereinbarungen mit anderen Mittelmeeranrainer-Staaten angesehen wird. Angela Merkel ist Europas dienstälteste Regierungschefin. Gehen Sie wie die meisten davon aus, dass sie nach der Bundestagswahl nächstes Jahr weitermachen will? Da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ich sehe das ganz ähnlich, wie das der Kollege Günther Banders von der FAZ gestern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beschrieben hat, dass es viele Indizien dafür gibt, dass Angela Merkel gerade nicht weitermachen wird. Aus meiner Sicht sprechen dafür drei Gründe. Der eine ist, dass niemand in Deutschland so gut weiß wie Angela Merkel aus der Beobachtung, die sie von der Schlussphase Helmut Kohls in Erinnerung hat, wie Bundeskanzler am Ende einer vierten Amtszeit, in einer vierten Amtszeit förmlich verglühen können. Das ist ein Schicksal, das sie sich sicherlich immer ersparen wollte. Ich glaube, das ist der zweite Grund, immer eine persönliche Lebensplanung hatte, die nicht darauf hinaus lief, so lange wie Helmut Kohl Kanzler zu sein. Sie hat eine klare Vorstellung von einem Leben nach der Politik. Und das dritte Argument, glaube ich, dass es durchaus ein Szenario gibt, dass sie im nächsten Sommer auch in dem Thema, das uns jetzt alle beschäftigt, einen Punkt erreicht haben kann, wo sie sagen kann, ich habe Weichen gestellt. Sie weist ja insbesondere immer auf die Vereinbarung mit der Türkei hin, wo sie das auch international noch mal ein Stück weitergebracht hat und dann abgeben kann. Das ist ein denkbares Szenario. Wir wissen es alle nicht, wie sich Angela Merkel entscheiden wird. Und wir wissen auch nicht, ob sie sich selber überhaupt schon entschieden hat. Eine letzte Frage noch. Am Sonntag wird in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Welche Signalwirkung könnte das Ergebnis für die Bundestagswahl im nächsten Jahr haben? Also ich glaube, diese Wahl in Berlin wird nicht die gleiche Signalwirkung haben, nicht noch einmal zu einem solchen Donnerschlag führen wie die letzte Wahl, die wir in Mecklenburg erlebt haben. Obwohl ja hier in Berlin mehr Menschen zur Wahl gehen werden als dort. Aber so wie es die Umfragen jedenfalls voraussagen werden, werden sich bestimmte Tendenzen noch einmal wiederholen. Die AfD wird stark, die CDU wird noch einmal ein Stück zurückfallen. Aber es wird nicht noch einmal zu einem, wahrscheinlich jedenfalls nicht zu einer solchen symbolträchtigen Situation kommen, dass die Union von der AfD überflügelt wird. Insofern werden sich bestimmte Tendenzen, die wir dort in Mecklenburg erlebt haben, noch einmal verstärken. Und dann wird möglicherweise etwas passieren, was dann auch die Politik auf der Bundesebene nach der Bundestagswahl im nächsten Jahr bestimmen wird. Wir werden ein Parlament mit vielen Parteien möglicherweise erleben und schwierige Regierungsbildungen, viele Koalitionsoptionen möglicherweise, jedenfalls Unsicherheit und Unklarheit in der Politik. Vielen Dank, Stefan geht hier nach Berlin.